Herzlich willkommen zu meinem Review zu dieser wunderschönen Maus, das ist die Logitech GFNA2 und ich habe die zweimal, deswegen kommen zwei Reviews. Ja, halt einfach, das ist halt einfach so. Also ich finde die Maus eigentlich immer auch genauso gut wie im ersten Review, aber ich habe hier zweimal, ich habe die beide zum selben Zeitpunkt gekauft zwar, aber die da habe ich halt nie benutzt. Und deswegen fühlt sich das Mausrad ganz anders an als hier, also hier höre ich halt was, wenn ich scroll und hier nicht, weil die halt viel neuer ist so. Ich finde es aber mit dem Hören irgendwie angenehmer, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, ich finde halt, das ist die beste Maus, meiner Meinung nach für Fortnite, also für mich halt, weil ich halt nur mit der bauen kann, weil da halt zwei Seiten Tasten sind, eigentlich fünf, aber die zwei oberen kann man nicht zählen. Ähm, aber auf jeden Fall drei. Ich kann halt ohne die Maus gar nicht bauen, ähm, weil ich sonst keinen Boden bauen kann. Deswegen ist es für mich die beste Maus für Fortnite. Ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich die zweimal. Und, ja, äh, ich wollte jetzt einfach noch ein Review dazu machen. Und, ja, dann sehen wir uns gleich in der Runde Boxzeit, weil Boxzeit macht mir zur Zeit mega viel Spaß. Bis gleich. So, sind wir da. Ich hoffe, es wird blau, palm und blauer R gewählt. Und, ja, das ist am coolsten. Bitte. Ja. Nice. Ich wechsel immer mal die Maus. Weil halt das die Alder und die, äh, die Neuer und die Andere ist halt die Alder. Ja, wobei die Alder hat halt einen Nachteil, weil halt ich kein zweites Bungee hab, deswegen hängt die Alters so dumm rum. Oh mein Gott. Ich habe aus Versehen gegen die Alder dagegen geschlagen. Und dann, äh, weil die ja beide angeschlossen sind, äh, ist es dann ganz, ganz komisch gewesen. Ernsthaft? Nicht schlecht. Schleicht bin ich. Ja. Kurzer Cut. Jo. Doch kein Cut, unser Te-Mate. Äh, ist krass. Ja, okay, einen kurzen Cut gibt's, aber nur einen kurzen. Ja. Unser Te-Mate ist echt krass. Der Carried nicht. Die ist voll kalt jetzt. Ui. Ui. Oh mein Gott, wie schlecht. Warum bin ich so schlecht? Hä? Warum? Anstrengen. Jetzt streng ich mich an. Let's go. Oh, so gut von meinem Te-Mate. Ich hab' so Soft-Aim grad' gehabt, ne? Ich hab' so einen Müll-Aim. Ich hab' so einen Müll-Aim. Ich hab' keinen Schuss. Ich hab' so einen dummen Pump-Schuss. Oh mein Gott, wie dumm. Ich hab' so einen Müll-Aim. Ich hab' ganz kritisch. krass krass mein teammate hat geläftet nein ich hätte mich oben weiter weg bauen sollen und dann schön über pyramiden und dann verstecken und dann nennen sie mich nicht gefunden die hier können und dann beiden 200er und dann auch so gut ich bin nämlich noch auslachen nicht ich mache jetzt ein loser der entzieht hier t t t t t warum kill der mich ich tanze doch herren und kill der mich dann herr stehe ich nicht warum kill der mich herr ich tanze steht nicht und 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 es direkt Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Ha! Jetzt können wir gar nichts mehr sagen. Musst jetzt einmal jede Runde töten. Das andere Team hat doch gar nicht geläftet. Macht das für euch Sinn? Das andere Team hat geläftet. Hä? Da hat gar niemand geläftet. Hä? Ja, einer hat geläftet von denen, aber da nicht die beiden. Hä, bei mir, wo ich, hä, wo mein Team mit geläftet hast? Dann ist das Spiel doch auch weitergegangen. Das macht einmal gar keinen Sinn, so, ne? Ja, auf jeden Fall, ich mag die Maus auf jeden Fall richtig sehr. Mag das arg, was? Das ist deutsch auf jeden Fall. Ja, ich mag die Maus auf jeden Fall. Ich liebe die Maus, die ist einfach nice. Die drei Tasten hier so, eigentlich hat sie fünf. Und so, dann hat sie zehn zusammen mit beiden. Dann spiele ich halt so. Oh, das fühlt sich ganz, ganz komisch an. Ich könnte halt echt so spielen, ne? Das hat gar kein Problem eigentlich. Hier hack ich. Ja, ja. Hier. Wechsle ich das. So, gar kein Problem, ne? Ich kann nur an die eine Tasche nicht ran. Wenn ich das jetzt schaffe. Leute, wenn ich das schaffe. Kamera. Ich bin schlau. Habt ihr das gesehen? Das können nur die ganz krassen. Oh mein Gott. Wie krass. Ich kann mit zwei Mäusen spielen. Hier place ich und hier baue ich, äh, Dings ab. Ne, okay, eigentlich kann ich auch so machen, ne? Voll schummeln kann ich auch eigentlich. Äh, okay, das finde ich sogar tatsächlich schwieriger. Wobei, ne, doch nicht. Ja, doch, weil ich dann die Maus nicht mehr richtig festhalten kann. Ne, so baue ich. Überlegt euch mal. Ja, jetzt kann ich nicht mehr. Ne, jetzt hab ich's verlernt. Schade. Äh, ja, auf jeden Fall, ich bin der krasseste, wenn ich mit zwei Mäusen bauen kann. Ne, also das können jetzt nicht alle. Oh mein Gott, ne. Ne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, meine Adels. Hä, wie clean. Wie clean. Hä? Mit zwei Mäusen. Hä, wie geht das? Wie krass. Okay, also, das war's dann mit diesem Video. Ich wünsche mich über den Ampel-Like freuen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.